da wo ich den Kuckuck, da 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 da! nock! ich bin nock, das war´s dirigent good night, und Leute heute präsentiere ich euch den elias is a macpus dass es um 20.000 Dollar ging. Und ja, ich durfte auch mitmachen, musste aber mit dem Controller spielen, weil ich zu gut war. Was ist halt gar keinen Sinn, wirklich hier gibt es, weil ich bin eigentlich, ich bin wirklich, ich bin eigentlich nicht so gut, aber ist ja auch nicht ganz so wichtig. Heute zeige ich euch, wie der Tag 1 gelaufen ist. Tag 2 würde ich euch auch gerne zeigen, aber am Ende des Videos werde ich euch sagen, wie Tag 2 ausgegangen ist. Also, seid auf jeden Fall gespannt. Ich spiele zusammen mit Julian Cobb und Pablito und wie die ganzen Runden waren, werdet ihr jetzt sehen. Viel Spaß und noch eine Sache. Lasst gerne einen Daumen hoch um und ein Abo dafür mehr Fortnite und vergesst nicht, Wexify als Supporting-Werte einzugeben, nach 5 Tagen erneuern, falls er noch nichts gemacht hat. Hashtag EpicPartnow und ich würde sagen, wir fangen an mit den Runden. Runde 1. Das da. Wir ziehen den Towerdach rein. Ja. Ey, es ist ein Sniper. Oder wir kämpfen, komm her, komm her, wir kämpfen uns hier rein. Ey, wer, irgendwer liegt in unserem Spot gerade, wo wir sind. Nicht sagen, wo wir sind. Ja, kommen welche. Die gehen, die gehen safe zu uns. Zwei Autos jetzt. Nein, die fahren weg. Aber die haben nicht uns ausgenommen. Die haben nicht uns ausgenommen. Die sind dumm, die sind dumm. Hey, komm her, komm her, komm her. Step, 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 step. Kommt drauf an, wie sie... Jungs, die haben die Tür aufgemacht. Komm nicht rein, ich habe Angst. Geh hinter die Tür, geh hinter die Tür. Geh doch auf jetzt, oder? Geh, nee, 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 nicht. Ah, ah, ah. Alles gut, alles gut. Einer wird safe in die Kiste gehen. Das ist safe. Ja. Ja. Der Shockwave, die weg. Der eine müsste weg sein. Wir haben am meisten Cover hier. Okay. Der eine, der weg ist, der Shockwave, wo unten ist. Der ist krank, der ist krank, der ist ganz oben. Ich habe auch noch Shockwave. Ich habe auch mit, einer. Hab Fly gekehlt. Nein, bei mir. Riech schlug, riech schlug. Hab ihn. Tot. Einer down, einer down. Schade, oh. Maxify als ob. Einer war down. Oh mein Gott, stark GGs, Jungs, GGs. Wir werden gepusht, glaube ich. Gleich auch so kaputt schießen. Wir sind hier noch. Warte, ich... Shitcrack, einer, shitcrack. Einer quick, ja, einer quick. Ich fahre unter. Ja, ja, genau da. Ja, nice, nice, nice. Nice. Noch einer cracked, noch einer cracked. Oh, wir die pushen, ne, ne. Da sind immer noch welche. Ich kann ihn nicht sehen von hier unten. Auto, ne, seht ihr? Ja, ja. Einer nur, einer nur, einer nur. Er hat mich weggeschossen. Haben ihn, haben ihn. Nice, let's go. Das war der ausgelockt so. Also versteckt euch immer hinter so... Ja, ja, da ist er noch. Geht so weiter links, geht weiter links, weiter links. Der ist nicht drin, der ist nicht drin. Der hat gelockt nur, glaube ich, damit. Aber early rotieren oder late? Late, they're late. Also ich schaue mich... Ich bin, ich bin, ich bin tot. Hier Splash, hier Splash bei euch. Eine Dawn, eine Dawn. Ich hab miss mich gerade. Ich komm, lass zurück, ich komm, lass zurück. Ja, ich bin da, ich bin da. Ich hab einen guten Spot zum Verstecken hier. Neben dem Auto. Er trägt dann nach hinten, er trägt, er trägt dann nach hinten. Hier ist auch noch ein Auto, ne? Ich bin jetzt auch gleich tot. Ich hab Shockwave-Granaten, fünf Stück. Weiner? Versuch auf Dings zu gehen. Shockwave. Geh weg, geh weg, geh weg. Ah. Fuck. Runde zwei. Okay, wir müssen... Ich baue auf. Wir müssen die Sachen machen. Kommst du zu mir? Bei mir ist einer. Digga, ich kann nicht mit Controller spielen, Digga. Es funktioniert nicht. Er ist so kacke mit Controller. Digga, gönnen bitte. Amar, mach dieses scheiß Handicap weg, Digga. Ich kann so nicht spielen. Oh nein, der Sky ist über die Wolke. Nein, die schießen die Sky-Base runter. Sky-Base über die Wolke. Okay, Leute, wir hatten viele Runden, die absolut scheiße liefen. Wir sind gestorben, gestorben, gestorben. Wir haben kaum einen Kiss gemacht. Aber es gibt zwei Runden, wo wir richtig geil performt haben. Und die Runden werdet ihr jetzt sehen. Runde drei. Ich will den weg jetzt gehen, weil der ist weniger vulnerable zu unserem... Da ist einer. Den können wir anschließen, den können wir anschließen. Seht ihr den? Ja, drei, zwei, eins. Trägt, es trägt, es trägt. Hab ihn, nackt, nackt. Nice. Ist dein Baum? Hab ihn. Ich höre hinter den Schritte, oder? Ich kann den unten anschließen. Ja, ja, ja. 19, 19, white, crack. Hab ihn. Okay, wir haben ihn nicht. Fokus. Doch, ich hab ihn, hab ihn, hab ihn. Pass auf, pass auf, pass auf. Ja, ja, alles gut. Unten, 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 kämpfen die, unten, kämpfen die. Ich habe das Gefühl, wenn wir ein Tauter entstecken, wären wir gefokus, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ja. Aber wenn wir da hinten langfahren, hier links ist noch niemand. Ich will einfach mal schauen. Link, Zolltons, 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 Zolltons. Der ist lockt, der ist lockt, der ist lockt, der ist lockt, der ist lockt. Lass uns aufsteigen, oder? Lass uns töten, lass uns töten, lass uns töten. Der Mate. Crack, crack, crack. der Mates, der Mates, der Mates Nix der cracker, der Nix der cracker Schienen, Schienen, Schienen Schienen, Schienen Der ist White Schießt Auto kaputt Geht nach hinten, geht nach hinten Schau, 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 schau Der Pro ist White Ich werd gelasert Ich werd ganz gut gelasert, ich muss mich hochheilen Jeder schießt selber Den Quatsch, kann ich abschießen, glaube ich Bereit? Okay, dann Drei, zwei, eins, go Einer Nock Ab 1 Nock 2 Nock 2 Nock, 2 Nock, 2 Nock Sehr gut, sehr gut Wir haben's, wir haben's Geht nach oben, geht nach oben, sehr wichtig Ey da unten, da unten steht einer Drei Stück, drei Stück Drei Stück Drei Stück, Drei Stück, Drei Stück Drei Stück, Drei Stück, Drei Stück, Drei Stück Ich brauch, ich brauch Schild, ich brauch Leben On me, on me, on me, bitte, bitte Komm mal Hab ihn Nice, sehr gut, sehr wichtig Der andere, dann, rundum, 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 rundum Dürüt ihn, dürüt ihn, dürüt ihn Bleibt da oben, bleibt da oben Ab ihn, ab ihn, ab ihn Scherpstrubbel Was ist das denn? Auto kommt, Auto kommt, Auto kommt Minimum Auto ist vor uns Absolute 1, absolute 1 Absolut 1, Absolut 1 Minimum, Minimum, Minimum Minimum, 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 Minimum W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w Nice Ok, wir bleiben oben Ihr bleiben, so lange oben wie möglich Eih, Anna, Anna ist 1 bei mir Ah, er wurde gekehlt Ja, offen, er steht offen, er steht offen Quick, ist quick, ist quick Komm schon, schaffen wir Lass das Auto gut machen, wir müssen das Auto gut machen Ich kannst dich sehn Wir können, lass dich sehn Doch, jetzt, jetzt, jetzt Schöner Schaden Ich schock wafde, ich schock wafde, ich schock wafde Nein, ich bin in die Sonne reingeflogen, aber ich bin noch... Hier unten, Julian beim Bomben! Ja, ich bin tot, Digga! Ich bin Demon Time jetzt! Ich bin safe, oder? Let's go! Eins gegen eins, Bro! Eins gegen eins, eins gegen eins! Wer schießt? Ja, ja, ja! Eins gegen eins, Bro! Eins gegen eins, Bro! Eins gegen eins, Bro! Ja, Shockwave, du kannst noch raus schießen, ne? Ja, schade! Let's go, Digga! So viele Kills, let's go! Wie viele Kills haben wir? Weißen Kills, let's go! Weißen Kills, let's go! Ey, ich hab vier und zehn Assists! Alter! Runde vier! 18 Metz! Don't hold back distance! Kack hier! Müssen wir noch above search! Nice, crack! Nice, nice, nice! Digga's legt halt anders hart, ne? Hinter dir! Oh, schade! Es ist so krank laggy, ne? Runde fünf! Komm, geling dich! Bei dir nicht, komm, der Auto! Lass dich, lass dich hoch, lass mich hoch! Lass dich hoch! Lass dich hoch! Lass dich hoch! Lass dich hoch! Einer, einer Tag! Mr. Pro! Da, 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 da! Da, 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 da! Pro2! Hier oben! Wir müssen zusammen! Wir müssen zusammen! Okay komm! Lexi, komm, lass hoch! Er ist krank, er ist krank! Okay! Hab ihn! Nice sehr gut! Der letzte ist oben! Der Gatt war runter! ich bin 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 wichtig wichtig ja dass die saun abwarten und dann gleich weitergehen junge pabriete guck dir das mal an game changer muss nachladen ich treffe gar nichts wieso treffe ich nichts man jetzt kann ich was den erstmal 50 schild maximal der recht der rechte recht ist worden das war's unten fährt auto ich habe ihn hier alle gerade der links ganz links ganz links ganz links ganz links ich war ja gleich 30 30 30 mit dem stein wir sind gleich da ok wir sind gleich auf der posi wo ich markiert haben wir sind noch auf placement geht ja bei mir bei mir bei mir bei mir oben Nein! Komm mit? Wir können hier sein. Hey! Crack dem Auto! One, one, one! Nein! White, White! Sie brashen auf mich! Nimm die Splashes, nimm die Splashes hinter dir Weiter, Mann, schon wieder Ich hatte sieben Wir sind einfach so gut ohne Bauen Wir können einfach nicht bauen Scheiß auf Bauen, lass einfach immer ohne machen, bitte Runde 6 Hätte ich aim, werde ich treffen Die Base, die Base auf 70 Knock, 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 knock Hinter uns in der Luft, hinter uns in der Luft Aber einen knock, aber ich glaube den Kick kriege ich nicht Komm mal Wir müssen kommen, log uns Wohin? Nein Du hast gar nicht gekauft Nein Nein Ich muss nachladen GG, Junge Runde 7 Schön, schön, schön Der ist im Auto, der ist im Auto Ja, okay, pack'n Ja, lass' das, lass' das, lass' die, finish' die und dann lass' das wieder hoch Jetzt wieder hoch, jetzt wieder hoch Bei mir, bei mir, bei mir Ich brauch' Hilfe Hilfe, Hilfe, Hilfe Ich muss nachladen Wir müssen hier weg, wir müssen hier so weg, Digga Ja, okay Wir müssen hoch Quick, quick, quick Wir müssen gleich die Zip line use und dann gehen wir da durch, okay? Ja Ich hab' keine Schruppelhinte, Digga Das ist mies dumm gewesen Ja Wir müssen, wir müssen mit Jumphead vielleicht hoch Wir müssen hoch Wir müssen hoch Wecky, wecky, wecky Komm mit Lass' hoch, lass' hoch Wir müssen hier hoch Und dann Jumphead Was? Ja, Jumphead, 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 Jumphead Scheiß drauf, Jumphead, 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 Jumphead Und dann auch siehst du irgendwie, oder? Hier, willst du mitlachen bei mir? Ja Geht schon mal zu zweit Eine Ewigkeit später Links, oben, links, 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 links Arbeit, Arbeit, rechts Rechts, links, 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 links Du musst Deckung, Key, kurz Wann ich, wann ich, wann ich, wann ich Ja, auf mich Er ist auch nackt Geht weg, geht weg, geht weg Du musst bis zweit spielen Einer rechts Gehen, Deckung, gehen, Deckung, gehen, Deckung Ich hab'n Key gemacht Ja, die Position war kacke Laufen ver... Ja, das ist echt kacke Let's go, Platz 3 Comeback wieder, komm Schaff das Aber guck mal, die sind der erste Schau, guck, die haben so einen Abstandszonen Guck mal, die sind Abstand, die haben Punkte Die haben 50 Punkte Ey, ich bin immer noch gehandicapt, ne? Ich weiß, bro Aber man kann nichts sagen So, okay, Leute, das war's mit dem Turnier Sorry, dass so Tag 1 zu sehen ist Tag 2 war halt einfach mies Scheiße, Leute Ich sag's mir Wir haben keine Runde gewonnen Es gab 3 Bug-Devs, die wir hatten Wir sind 3-mal durch Bugs gestorben Eine Runde konnten wir keine Waffen wechseln Eine Runde sind wir mit dem Auto Durch den Boden geflogen gestorben Und den anderen Bug hab ich vergessen Auf jeden Fall sind wir 3-mal dadurch gestorben Und haben voll verkackt Auf jeden Fall, ja, das war Tag 1 GG an die Gewinner Ich glaube, es war... Ich weiß noch nicht genau, wer gewonnen hat GG geht raus Ich hoffe, es hat euch gefallen Falls ihr noch mehr Turnierdinger sehen wollt Lasst gerne dann noch oben unten ein Abo da Danke für die Einladung Und hab euch die bis zum nächsten Mal Tschau